Der SGS TÜV Saar ist ein Joint Venture aus der SGS und dem TÜV Saarland e.V. Als technischer Überwachungsverein und Expertenorganisation sind wir überall dort tätig, wo Sicherheit gefragt ist. Weil wir hier ein sehr vielfältiges Arbeitsumfeld haben, man kann in diverse Bereiche reinschnuppern. Wir prüfen Lüftungsanlagen, brauchen Wärmeabzugsanlagen und Zero-Warnanlagen. Wir prüfen alle möglichen Druckbehälter, die unter die Druckgeräte-Richtlinie fallen. Einmal herstellerseitig, einmal betreiberseitig. Wir müssen halt gewährleisten, dass Maschinetechniken, wie in meinem Fall der Aufzug, einfach sicher funktioniert. Ist ein Studium erforderlich? Also Verfahrenstechnik oder Maschinenbau, Bachelor oder Master. Was mir jetzt erst einfallen wird, wäre Selbstverwirklichung. Man hat einen sicheren Arbeitsplatz. Komplett im Neubau einer Chemieanlage, Klärschlamm, Verbrennungsanlagen, die komplette Bandbreite. Es gibt auch Auslandseinsätze. Was macht mir am meisten Spaß? Alles. Wenn auch du Lust hast, Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen und in einem technisch einspruchsvollen Beruf zu arbeiten, dann bewirb dich jetzt bei uns. Er kommt daran wiederum. Er kommt rein. Er ist so lange.